Hey, du stehst mir im Weg, mach dich ab! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und in diesem Video wollen wir ein Ereignis dauerhaft verschieben. Wir haben in einem Cutscene-Video, in dem vierten Tutorial dieser Reihe, haben wir diese Frau mal um ein Feld nach links verschoben, aber sobald ich das Haus betreten habe und wieder verlassen habe, war die Frau wieder an ihrer Ursprungsposition. Es wurde also nicht gespeichert, wo sie steht. Okay, und das ist ein Problem, was behoben werden muss, natürlich, klar. Also, mit einem anderen Beispiel aber. Und dazu gehen wir in das Tutorial-Haus und machen jetzt hier einen kleinen Türsteher quasi oder ein Hindernis, eine Person, die uns im Weg steht. Stellt euch zum Beispiel Wachen vor, die vor dem Eingang einer Wüste stehen und die sagen euch, nein, hier dürft ihr nur mit der Erlaubnis des Königs rein und dann müsst ihr euch die Erlaubnis des Königs holen und der gibt euch vielleicht erst die Erlaubnis, in die Wüste zu gehen, wenn ihr den Drachen in dem Wald tötet. Also, so könnt ihr dann quasi Questreihen aufbauen und genau das wollen wir jetzt an dieser Stelle machen. Wir wollen hier einen Jungen platzieren, 200 Gold will er haben, wir müssen dafür die Apfel- und Karottenquest abgeschlossen haben, um diese 200 Gold zu bekommen. Anders geht es ja nicht momentan. und dementsprechend haben wir einen Quest-Blocker. Und den bauen wir jetzt da ein, nennen das Ganze Junge und geben dem Ganzen ein Bild. People One, der Junge mit den rosa Haaren. Warum auch nicht? Hey, rosa ist Kult. Nein, das ist nicht. Das ist übelster Quatsch, was ich rede, aber ich rede immer viel Quatsch, das wisst ihr. So, wir haben hier jetzt auf jeden Fall den Jungen und der wird jetzt ein bisschen was sagen. Das spielt ja keine Rolle. Ich werde das ein bisschen abkürzen. Also, da könnte man jetzt einen vernünftigen Text reinschreiben. Vielleicht mache ich das mal offscreen. Aber, das werde ich jetzt ein bisschen abkürzen. Wir schreiben einfach hin, gib mir 200 Gold und du darfst durch. Gib mir 200 Gold und du darfst durch. Wie gesagt, da könnte ein bisschen mehr Text reinkommen. Spielt aber keine Rolle. Ups, habe ich ein Bild ausgewählt? Ja, habe ich. Aber noch keinen Namen eingetragen. Junge. So, fertig. Dann prüft uns das Spiel einfach mal, ob wir genug Gold bei uns haben. Das geht über bedingte Verzweigung. Verzweigung haben wir bereits kennengelernt. Auf der vierten Seite gibt es hier Gold. Und da ist schon größer gleich eingetragen. Also, man braucht quasi mindestens die Zahl, die ich hier eintrage. Man kann es aber auch ändern, wenn man das möchte. Wir machen größer gleich 200 und mit einer Sonstverzweigung. Wenn man mindestens 200 Gold hat, soll er uns durchlassen. Und wenn wir keine 200 Gold haben, dann wird er das nicht tun. Dann sagt er einfach sowas wie, ey, du hast gar keine 200 Gold. Mach dich ab! So, ähm, gut. Und hier lässt er uns dann quasi durch. Wir ziehen als allererstes mal das Gold ab. Zwar, äh, ähm, wir klicken hier oben auf Gold ändern. Verringern statt erhöhen natürlich. Und 200. Okay. Übernehmen. Fertig. Wir ziehen 200 Gold ab. Schreiben noch eine kleine Nachricht. 200 Gold verloren oder, ähm, gegeben oder entfernt. Schreiben wir entfernt, ist besser. Entfernt. So. Ups. Entfernt. Okay. Fertig. Man könnte es noch farbig schreiben, aber ich will euch jetzt auch nicht damit nerven. Ihr wisst, wie das geht. In früheren Tutorials habe ich das gezeigt. Ähm, next. So. Jetzt soll der Junge einfach ein Feld nach unten gehen und dort quasi sich nach oben drehen und dort bleiben. Das wird aber nicht passieren. Werdet ihr gleich sehen. Egal. Wir machen als allererstes mal Seite 2. Bewegungsroute festlegen. Nicht Spieler, sondern dieses Ereignis oder Junge. Spielt keine Rolle in dem, ähm, Moment. Aber wir machen einfach dieses Ereignis. Wir machen Schritt, ähm, nach unten bewegen und dann nach oben drehen. Warten auf Schluss. Okay. Übernehmen. Fertig. Okay. Jetzt wird er nach unten gehen, sich nach oben drehen, aber sobald wir die Map verlassen und wieder betreten, steht er wieder im Weg. Und dann haben wir keine 200 Gold mehr, also können wir da auch nie wieder durch. Das heißt, das wäre eine komplette Blockade. Das Spiel wäre hinüber. Ihr könntet nicht mehr weiterspielen. Das Savegame wäre Schrott. Wir werden als erstes aber, ähm, mal hier ein Ereignis reinsetzen, was uns 200 Gold gibt. Dann kann ich euch das nämlich gleich, ähm, zeigen. Erhöhen. 200 Gold. Bei Aktionstaste. Übernehmen. Okay. Also hier ist ein Ereignis, oder wir stellen es hier in die Ecke, das uns 200 Gold gibt, damit wir das gleich mal ausprobieren können. So, ich habe hier den Startpunkt gesetzt. Dann können wir das gleich mal ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Neues Spiel. Und fertig. So. Ich drücke, ähm, ich habe jetzt 0 Gold, genau. Drücke Enter. Habe 200 Gold. Funktioniert. Wir sprechen mit dem Jungen. Gib mir 200 Gold und du darfst durch. 200 Gold entfernt. Und es funktioniert. Der Junge geht durch. Äh, geht zur Seite. Aber, ähm, gib mir 200 Gold und du darfst durch. Ja, jetzt, ähm, spricht er das nochmal. Das ändern wir später. Jetzt haben wir das Problem, wenn ich die Map verlasse und wieder betrete, dass er wieder hier oben steht. Und das ist ganz schlecht. Gib mir 200 Gold und du darfst durch. Ey, du hast gar keine 200 Gold. Richtig, ich habe keine 200 Gold mehr. Mh, 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 Schiete. Und das ist das Problem. Ihr seht, das könnte ein richtig ernstes Problem werden in euren Spielen. Und dementsprechend müsst ihr das irgendwie beheben. Übrigens hier das mit den unsichtbaren, ähm, Ereignissen. Das ist eine coole, ähm, Sache. Damit kann man sehr gut bestimmte, äh, Quests überspringen, indem man einfach Quest-Items dann über so ein unsichtbares Item, äh, vergibt. Zum Beispiel in meinem Fall die 200 Gold. So, nur zu Testzweck. Natürlich werden wir das Ereignis dann später wieder löschen. So, jetzt wollen wir, dass der Junge hier unten bleibt. Dazu, das ist verrückt, es klingt verrückt, aber dazu machen wir eine Kopie von diesem Jungen. Wir kopieren den. Rechtsklick, kopieren oder Steuerung C. Steuerung und C. Und hier dann Steuerung und V. Und schon haben wir zwei Jungs. Den werden wir mal kurz nach oben gucken lassen. Und dann sagt er, ähm, aber was völlig anderes. Dann sagt er einfach, du darfst durch. Fertig. Oder okay, du darfst durch. Irgendwas in der Richtung. Spielt ja keine Rolle. So. Das kopieren wir mal kurz auch, ähm, zu dem Dude. Ähm, 200 Gold entfernt. Du darfst durch. Fertig. Und dann geht er nach unten. Gut. Jetzt haben wir aber zwei Ereignisse. Und dieses zweite Ereignis, wozu ist das eigentlich gut? Das fragt ihr euch sicherlich. Das wird jetzt, ähm, per Bedingung erst aktiviert. Per Bedingung. Und das nennen wir dann, hm, 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 einen neuen Schalter natürlich. Und den nennen wir, ähm, Türsteher. Türsteher 01 zum Beispiel. Und wenn Türsteher 01 aktiviert wird, wird dieses Ereignis erst aktiviert. Nicht vorher. Okay. Also es ist nicht existent vorher. Und wenn dieses, ähm, Ereignis hier nach unten gelaufen ist und sich nach oben gedreht hat, wird, ähm, der Schalter Türsteher 01 angeschalten. Und dann neue Ereignisseite. Schalter Türsteher 01 wird dieses Ereignis ausgeschalten, deaktiviert. Also, noch mal in Zusammenfassung. Wenn der Junge nach unten geht und sich nach oben dreht, wird dieser Schalter aktiviert hier. Türsteher 01 Schalter 4. Dieser sorgt dafür, dass dieses Event unsichtbar wird. Es hat keine Grafik mehr auf der neuen Ereignisseite. Also das, die Ereignis Grafik, das Bild ist nicht existent und hier oben die Bedingung ist natürlich Türsteher. Diese Seite wird dann aktiviert und bei ihm wird diese Seite aktiviert, die natürlich eine Grafik hat. Das heißt, das Event wird quasi deaktiviert, während das Event zeitgleich aktiviert wird, wodurch es dann so aussieht für den Spieler, als würde der Junge jetzt an dieser Stelle stehen, statt an dieser. Man könnte jetzt das Ereignis auch Kopie nennen, Junge Kopie, damit man das hier besser unterscheiden kann in der Ereignis Liste, ist jetzt aber nicht so wichtig. So, dann machen wir das Ganze mal und sehen schon, hier, der Junge ist nicht da. Er ist nicht aktiviert, der Junge hier unten. Er existiert nicht. Wir haben keine 200 Gold, er wird jetzt nicht nach unten gehen. Hey, du hast keine 200 Gold. Ja, das stimmt. Hab ich nicht, aber jetzt hab ich sie, glaube ich. Ja, hab ich. Gut. So, gib mir 200 Gold und du darfst durch. 200 Gold entfernt, du darfst durch. Yay. So, und der Junge ist nach unten gelaufen, hat sie nach oben gedreht, der Schalter wurde aktiviert, wir können das nochmal überprüfen, F9 und der Schalter ist auf On und der Junge ist jetzt hier und wenn ich runtergehe und wieder raufgehe, ha, der Junge ist noch da. Guckt euch das an. Es funktioniert. Und wenn ich den Schalter jetzt wieder deaktivieren würde, wäre er wieder hier oben. Ihr habt's gesehen? Und wenn ich ihn wieder aktiviere, ist er wieder unten. So kann ich eine, also die Position eines Ereignisses dauerhaft ändern. Ich kann den Schalter auch überall an- oder ausschalten. Also ich muss das nicht innerhalb dieser Map machen. Ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich will, dass die Wachen, die vor der Wüste stehen, direkt schon weg sind, ohne dass ich sie anspreche, dann kann man sie auch einfach schon so aktivieren. Also den, kann man den Schalter schon aktivieren, wenn man die Erlaubnis des Königs erhält zum Beispiel. Gut. Sollte soweit klar sein. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem. Es gibt immer Probleme, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Es gibt jetzt noch ein kleines Problem und das ist folgendes. Wenn ich den Jungen von unten anspreche, stehe ich selber im Weg. Das heißt, der Junge kann dann nicht nach unten gehen. Das kann ich auch nochmal gerne symbolisieren, zeigen, wie auch immer. Wenn ich jetzt unter dem Jungen stehe, so hier, dann kann er natürlich nicht nach unten gehen. Okay, du darfst durch und jetzt kann ich auch nichts mehr drücken, nichts machen. Das Spiel friert ein. Weil der Junge will unbedingt nach unten laufen, aber er kann es nicht. Und ich stehe im Weg. Hm, schlecht. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Und das können wir auch ganz einfach beheben. Wir gehen wieder in den Jungen hinein. Bei Türsteher 0,1 an und dieses Ereignis geht nach unten, etc. Da fügen wir noch etwas da drüber. Wichtig, es muss da drüber sein oder sollte da drüber sein. Das wäre sehr vorteilhaft. Eine neue bedingte Verzweigung. Verzweigung. Wenn auf Seite 4, nein, Seite 3, Entschuldigung, wenn der Charakter, Spieler in unserem Fall, also Spieler, nicht dieses Event und, Entschuldigung, Ereignis oder irgendwas anderes, sondern wirklich der Spieler nach oben guckt, nach oben schaut, steht er auf der Position, auf der er nicht stehen darf. Weil wenn er hier steht, schaut er ja nach oben, um diesen Jungen anzusprechen. Wenn er quasi nach oben schaut, steht er im Weg. Soweit sollte das klar sein. Das bedeutet, dass der Spieler dann einfach einen Schritt zur Seite gehen muss. Das machen wir ganz einfach. Bewegungsroute festlegen, Spieler, Schritt nach, ups, nach links bewegen, okay, fertig, das war es schon. Jetzt haben wir aber wieder ein Problem. Jetzt wird die Heldengruppe im Weg stehen. Da machen wir unter if gefolge versammeln. Hier haben wir das Gefolge versammeln. Damit das nicht mehr im Weg steht, werden wir diesen Befehl einfügen. Ich kann das mal kurz demonstrieren, was passiert, wenn wir den nicht einfügen. Damit ihr die Fehler auch seht und dann auch besser verstehen könnt, zeige ich sie euch am besten immer. 200 Gold erhalten. Müssten drin sein. Jep, perfekt. Wenn ich ihn hier jetzt anspreche, dann würde ich gleich einen Schritt nach links gehen, aber dann wird der Rotschopf hier einen Schritt nach rechts gehen. Tada, und es ist wieder blockiert. Ha, das gleiche Problem, ähm, wenn ich quasi, ups, ich brauche jetzt 200 Gold, nicht vergessen, wenn ich so laufe, zack, steht jetzt die Frau mit dem Hut im Weg und der kann wieder nicht nach unten, das ist so schrecklich, oder Leute? Ähm, kann der Junge wieder nicht nach unten gehen. Das ist sehr, sehr nachteilhaft. Deswegen ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle über der Bewegung, die er verrichten soll, noch Gefolge versammeln machen. Und das außerhalb dieses, wenn der Charakter nach oben schaut. Okay. Ihr könnt euch das Ganze auch nochmal, ähm, jetzt angucken, pausieren, lest euch nochmal alle Befehle durch, von oben nach unten, versucht es nachzuvollziehen und zu verstehen und ich denke mal, das war jetzt genug Zeit, um das Video zu pausieren und Tschüssli! Weiter geht's! Wir sollten jetzt eigentlich das Ganze hinbekommen haben. 200 Gold abholen, nicht vergessen. Wir gehen jetzt einfach dahin, wo wir nicht hingehen sollen. 200 Gold wird entfernt, du darfst durch und das Gefolge wird versammelt und tada! Wunderbar! Wir deaktivieren den Schalter nochmal. Dann kann ich es gleich nochmal von vorne zeigen. Ähm, erstmal muss ich natürlich runtergehen und wieder hochgehen, damit er wieder auf seiner Ursprungsposition ist. So, und jetzt, wenn ich ihn von vorne anspreche und die Frau mit dem Hut im Weg ist, wird durch Gruppe versammeln, die Gruppe aus dem Weg geschafft und es kann losgehen. Ihr seht, das Ganze funktioniert wunderbärchen, Pummerärchen! Und jetzt wollen wir noch, ähm, noch was anderes machen. Wir wollen jetzt noch machen, dass unser Held im Bett schläft. Wir machen hier ein kleines Ereignis, ähm, ohne Bild, mit Auslöser, Aktionstaste, wie Charakter, damit ich da vorstehen kann. Das Ganze nennen wir Bett. Und wenn das Bett angesprochen wird, wird der Held unsichtbar gemacht. Transparenz ändern, ähm, Unsichtbarkeit an, und anschließend wird ein Schalter aktiviert, Schalter steuern, das nennen wir schlafen, als Beispiel an und dann wollen wir, dass der Held hier oben schläft. Dann machen wir den Held schlafen, nennen wir das Ganze, wählen als Bild, da haben wir Damage und dann nehmen wir den hier, den schlafenen Helden, hier haben wir verschiedene quasi ohnmächtig bzw. geschafft Positionen, was auch immer. Wir nutzen das jetzt als schlafend, nehmen den Helden hier, machen als Schalter, schlafen und zack, müsste eigentlich funktionieren, dass er dann schläft. Müssen wir gleich mal ausprobieren und dann haben wir gleich noch was anderes gemacht, wir haben den Helden verschoben an eine Stelle und tada, perfekt, ich kann auch nichts machen, weil ich bin unsichtbar und perfekt, wunderschön. Ich könnte jetzt wahrscheinlich als unsichtbarer Held noch runter die Treppe gehen, ja natürlich kann ich das, aber das kann man natürlich dann auch blockieren, indem man einfach dann hier das Ganze auf Autorun stellt und eine Cutscene einbaut, zum Beispiel ein bisschen Dialoge, ähm, ihr kennt das ja alles, wie das Ganze funktioniert, dann in der Cutscene. Aber, ihr seht, so kann ich dann den Helden auch irgendwo schlafen lassen, wenn ihr das wollt, ähm, gut. Ich denke mal, das sollte soweit verstanden sein und im nächsten Video geht dann quasi die Quest weiter. Ich hoffe, das war soweit verständlich, etwas kürzer das Tutorial als die anderen, aber ich mach sie halt immer so lang, wie es sein muss, um das Thema unterzubringen und ich denke mal, das sollte eigentlich jetzt verstanden sein. Ich habe jetzt dieses Ereignis verschoben, von dieser Stelle auf diese und das kann ich auch jederzeit durch F9 drücken, ähm, im Entwicklermodus kann ich das quasi dann auch aktivieren und, ähm, deaktivieren. So, also falls ich mal eine Quest überspringen will, kann ich es auch einfach deaktivieren, um dann zu testen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich kann auch einfach mit gedrückter Steuerungstaste im Entwicklermodus, also im Spieltest, kann ich auch überall durchlaufen. So ist es auch nicht. Also, ihr seht, man kann sehr viel machen. Aber das geht nur, wenn ihr hier auf Spieltest drückt und nicht im normalen Spiel, wenn ihr das dann an eure Freunde schickt, etc. pp. Gut, was wir nicht vergessen dürfen, das Gold wieder rauslöschen, die 200 Gold und fertig. Das war's wirklich und Tschüssli, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und wenn nicht, dann schreibt ruhig in die Kommentare eine kleine Frage. Das wäre doch nicht das Problem, denke ich mal. Gut, Tschüssli, bis zum nächsten Mal.